Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Shimmigami Tensei, Devil's Survival Ich wollte schon sagen Let's Battle Gelevelt 60, 55, 55, nochmal 55 Ich muss die 3 irgendwann mal in meine Nähe bringen Und ich hab Schluck auf, kurz, nicht mehr, ok Und Komoko und Baron habe ich mir jetzt auch noch geholt Und meine hat jetzt Orochi bekommen Soho habe ich jetzt weggetan, ist nicht so ganz mein Typ, wie ich gemerkt habe Der hat aber auch übelste Magie einfach mal Ah ne, da, da ist Soho Kanomitama habe ich mir noch einmal geholt Yes, einfach nur weil ich es kann So, machen wir doch gleich mal weiter Mit so einem mal wieder Versuch Belzebul niederzumachen Das ist jetzt schon der vierte Versuch Beim ersten Mal habt ihr gesehen Die anderen beiden nicht Und da ich die aufgenommen habe Und dann gemeint habe Ähm, ja, ne, brauche ich nicht hochladen Ist viel zu schlecht dafür Wie gesagt getan Habe ich nicht hochgeladen So Äh, zuerst hier Skillcracks und so Giga-Jama Giga-Jama Habe ich mir von da Habe ich mir von da Genau, ich bin ein Masardin von dem Typen Ne, du Lassen wir doch so ein bisschen So sollte es passen Oh, es ist verflucht warm heute Ernsthaft Unfassbar Kann mich auch nicht bewegen Nur mit Yuzo muss ich mich bewegen Yay So, ähm Ich habe schon vorhin versucht aufzunehmen Ich habe aufgenommen Aber ich meinte, äh, so eine schlechte Runde hatte ich noch nie Deswegen, ja Und zwar habe ich es geschafft Ähm Ist egal, das ist Das ist jetzt doch kacke Und zwar, ja Habe ich es geschafft Ich hasse es, wenn der Typ in seinem Scheiß-Tetrake ankommt Weil jetzt reflektiere ich den Schaden, den ich vorhabe Yay Und zwar habe ich es geschafft Den Agaris Die ganze Zeit Normal anzugreifen Das war Scheiße Das war richtig scheiße Ja, wenigstens hat er jetzt ein bisschen Schaden herbekommen Und hoffentlich ist er tot Nein, ist er natürlich nicht Dafür ist Konoku Äh, Konoku Konoku oder Konoku Fast tot Ich weiß nicht M oder N Eins und Beinen ist es Pfff Egal So beenden wir Ähm Nein Das Vieh ist falsch gelaufen Oh Mann Was ist denn los Nichts will so wie ich will Was für ein Brav Egal Ist das hier zumindest weg Ähm Nein Ähm Mach mal so So, ja Tetrake Ist bis so Ist man egal Das Vieh ist jetzt zum Zweck Ja Geheilt Ja Bin ich jetzt wieder dran Ja So mach ich mehr Schaden Mach ich mehr Schaden Und Ich Depp Das ist mir vorhin die ganze Zeit passiert Als ich irgendeinen Scheiß gemacht hab Ja Ich bewege mich nicht Ich bewege mich da Bewege mich da Ja Und hier bewege ich mich dahinter Weil das Vieh jetzt zu dem Falschen läuft Ernsthaft ey Das gibt's doch nicht Egal Ja Leck mich am Arsch Weißt du das Ach ja toll Wenn mir das mal jetzt ganz schnell Ja Oder auch nicht Yay Payback Ich diese Runde hier grad so verfluche Ist auch echt unfassbar Jetzt ist das Vieh tot Endlich Ja Ja Mach ihn Ben Das Vieh da in der Mitte Das ist Wird jetzt hoffentlich Weggehauen Richtig schön Und so Habe ich keinen Sahnen? Nee habe ich nicht Super Yay Ich habe Alles mögliche Aber keinen Sahnen Ist doch ein bisschen blöd Digga-Jama Leck mich Mach mal so So Ja Komm Greif an Ja Block Ja Fick dich ali Ernsthaft Was zieht sich die ganze Scheiße Hier so Ich kann mich jetzt auch mal Ist mir egal Ehrlich, ist mir sowas von egal Ja, da gehe ich dahinter Kannst mich mal am Arsch lecken Wie gesagt, das ist gerade eine übelst schlechte Runde Einfach mal Geht sogar so hin von mir aus Nein Darf ich nicht, das ist jetzt blöd Und Yuzu kommt erst so spät Scheiße Wenn denn Das ist schlecht, denn das Vieh wiederbelebt wird Oh, fick dich doch Ernsthaft So Ufudin Ach du Kacke Stimmt, das Vieh war auch scheiße Ufudin Lass sie tot, bitte Einfach, mach einfach tot Danke Sehr schön Es sind die zwei Viecher Zumindest Eins davon ist schon weg Das zweite ist fast weg Ich sag ja, total schlechte Runden bis jetzt So unfassbar Kannst mich mal Kannst mich mal Kannst mich mal Ich wusste es Und Azuro wahrscheinlich tot Noch nicht Wow Dafür ein anderer Tod Nein Jetzt Nooo Gar die Dean Ufudin Ist mir sowas von egal Mit diesen Verfickten Viechern Da hat man echt irgendwo einfach keine Lust drauf Das läuft alles nicht wie ich will Meine Fresse Verreckt Sowas von egal Verreckt einfach Danke Wie jetzt? Oh ich hasse diesen Grafik-Bug Ey Ernsthaft Bin ich jetzt auch Irgendwann mal dran Baron Komoku Baron Ja danke So Ariokmai Dori Hier rein Den da wieder Den da hochheilen Ende Ende Danke Ende Konami Tama Machen wir mal Kleine Switch Sehr schön Weil ich will diese Heilung da Boah meine Fresse Die Wiederbelebung Boah ey Das gibt's doch echt nicht Ja Halt's Maul Ein Baron fast Tod zum Nutz Sowas Ja Ja Zufrieden Halt deine Fresse Einfach nur ey Ich kann sowieso alles nicht so verlaufen wie ich wollt Ich hab jetzt schon sauviel Mahne einfach nur verschwendet wegen dir scheiß Spaß Das ist noch viel Stärke gegen alles meine Fresse Ja Das ist doch echt unfassbar Hey ernsthaft Ich sollte mir wirklich statt Ariok einen anderen D-Mann holen Das ist doch Das ist doch echt nicht mehr witzig Das Wii macht so wenig Schaden Yay Passt Hoffe ich So Ja Nee Komm Wieso bin ich nicht vorher dran Du hässliches Spastenfiel Na man Ich hab echt keinen Bock mehr auf diese Dreckige Viecher Ja Mach einfach gar nichts Danke Genau das meinte ich Ja jetzt brauche ich mich da nicht bewegen Ey Ich bekomme wahrscheinlich wieder diese behinderten Insekten ab Dann komm ich nach denen So Ich will die jetzt einfach nur wechauen ey Danke Danke Und wieso hau ich jetzt bei den 333 Schaden rein bei den anderen nicht Hat er mit einem Maul Ey meine Fresse Ich darf mich jetzt wieder hochhalten Ich darf mich jetzt wieder hochhalten Ja Ey Ich hab jetzt schon so viel Mana verschwendet ey Das gibt's doch nicht Leck mich doch in den Sack Das ist doch echt schwachsinnig Das ist doch echt schwachsinnig Aber Ich bin nichts bis jetzt So viel Mana verschwendet Midori ist auch schon fast MP leer Das kann ich doch auch in die Tonne treten Das gibt's doch echt nicht Das ist doch echt Das ist doch echt nicht Ach, Kerber, das ist auch fast los, habe ich gar nicht gesehen. Nein, das gibt es doch echt nicht. Also, Baron, tauschen wir, ernsthaft, komme ich trotzdem nicht an das Vieh ran? Hat es denn überhaupt irgendeinen Sinn zu tauschen? Ich glaube nicht mehr. Aber nur, weil ich das falsche Vieh geheilt habe. Ja, heile dich selbst. Ich weiß sowieso, wen er jetzt angreift. Nein, er greift mich an, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bitte halt einfach nur dein Maul. Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses dreckige Vieh. So. Mit der komme ich nicht einmal so weit, ey. Auf dein Maul, wieso hat sie so wenig Bewegung? Dann ist es so. Oh ja. Okay. Wie geil. Stell ich mich halt da hinten hin. Mal gucken, was passiert, wenn ich mich komplett da hinten in die Reihe stelle. Weil die Viecher können dann eigentlich nirgends schlüpfen. Eigentlich. Wer weiß, wie das dann ist. Ja, ja, ja. Kannst mich einfach mal im Arsch lecken. Ich habe echt keinen Bock mehr gegen das Vieh in das Team. Wenn wir geschlüpft. Ja, die Kerber ist schon wieder fast tot. Dann greifen wir die Viecher an. Nein, mit Azurum muss ich so angreifen. Dann kann ich glaube ich auch so angreifen. Das ist, ich glaube jetzt relativ egal. Weil ich bin der Meinung, ich habe diesen Kampf jetzt sowieso schon wieder verloren. Mal wieder. Weil, leck mich am Sack. Ich komme wenigstens besser hin. Die Fliegen kommen jetzt von da hinten erstmal weg. So. In der Hoffnung, ich mache genug Schaden mit diesem dreckigen Mistvieh. Äh, das Vieh kann sowieso in die Tonne treten. Ey, meine Fresse, ich soll mir wirklich statt Ario auf ein anderes Vieh holen. Yay, 75 Schaden. Ja. Was soll ich denn machen? Und wieso hat eigentlich Midori nie eine Extra von mir? Das kotzt mich irgendwie total an. Ist mein Ernst? Nie hat die eine Extra von mir. Machen wir das so. Ich komme da noch vor Midori dran. Yay. Ja, kannst mich mal. Komm, mach hin ey. Äh, Sirodin angenehm. Ist glaube ich egal. Viel Schaden mache ich sowieso nicht. 78. 50. Aber ich selbst meine hier mehr Schaden. Fick dich mit einem Spawn. 150. Wow. Ein bisschen Schaden mache ich. Aber es ist nur ein bisschen. Das mich recht ankotzt. Äh, gleich wieder da. So Leute, ja. Geht weiter. Ja, erstmal auswählen. Äh, damit ich Midori auch dahin bewegen kann. Weil ich will Midori in die Mitte schieben. Von beiden. Von beiden. Ich hätte ihn nicht weg bewegen sollen. So hätte ich zumindest zurück angreifen können. Scheiße. Jetzt haltet er sich wieder. Fick dich doch einfach nicht. Scheiße, hast du das Spasten für mich? Ja, kannst mich mal. So, ja. Ich wusste, dass sie da hinten landen. Ähm, welche Viecher sind wir jetzt? Das sind welche Viecher da hinten? Die angreifen oder die angreifen? Bei denen wäre eigentlich der Schaden nicht so schlecht. Da kommen wir jetzt wieder so früh dran. Äh. Ernsthaft? Ich hab so kein Mist. Dieses Scheißvieh zu kämpfen. Ich will einfach gar nicht mehr. Ernsthaft, ich will einfach gar nicht mehr gegen dieses Scheißvieh kämpfen. Das kann mich einfach mal im Arsch legen. Kann mich einfach mal im Arsch legen. Kann mich einfach mal im Arsch legen. Kanonomitama hat keine extra Rom. Yay. Hä直 des Lebens ist das Viecher schon, zumindest schon mal. Und beenden wir. Ah, hat eine Weiner, okay. Ich hasse diese Grafikfehler. Ja, ich weiß. Es ist eigentlich eine ganz blöde Idee, wenn ich hier so komme. Aber wer weiß. Vielleicht kann ich es ja schaffen, dass er sich nicht heilt. Hey! Wow! Wow! Heilung nicht möglich. Das ist cool. Wie? Ich dachte, das ist... War das nicht... Oder war das jetzt was anderes? Okay. Ja, mein Denkfehler. Und so halt. Ach ja, greif ich ihm so an. Danke. Wirst du hoffentlich bereuen. Hoffentlich mache ich dir genug Schaden, dass du endlich mal verreckst. Ähm, ich müsste Ukano mit Hammer eigentlich heilen, aber... Look! Fick dich mit deinem Spawn! Yay! Was können die sich eigentlich so weit bewegen? Finde ich doch recht kacke. Ach, Kerberus ist ja auch noch tot. Yay! Habe ich vollkommen vergessen. Ähm... Ja, ich bin mir sicher, dass ich den komplett wiederbeleben will. Es hat mich einen Haufen Mana gekostet, habe ich so das Gefühl. 21 Mana, ja okay, so finde ich. Doch, ein bisschen mehr. So, ja... Ich habe da jetzt auch nicht mehr wirklich viel Angriffs im Pill. Das ist jetzt kacke. Warum kann ich dann gleich in die Tonne treten? Der ist... Der macht jetzt dann keinen Schaden mehr. Sehr blöd. Ich wünsche er zumindest irgendwas, wenn er nicht sein kann. Wie, äh... Mana wieder auffüllen kann. Sein MP, meine ich. Hat er leider nicht. Sehr blöd. Das ist ja dann eine Schwäche gegen die Sahne. Ende. Noon... Auffüllen schon. Ähm... Noon hat noch relativ viel O52, ja, Hauli. Ähm... Scheiße. Dori, Diorana, all den Törn. Ja, okay, machen wir so. Okanomi-Tama schließlich noch ein bisschen. So, danach sind die auch noch dran. So, mit Midori muss ich dann auch noch weglaufen. Also im Sinne von woanders hinlaufen. Ja... Und wofür gehen sie ja, wofür gehen sie ja, wofür gehen sie ja, wofür gehen sie ja, wofür gehen sie ja. Und da, Azura am besten nicht in seinen Hälften sollte. Aber nur am besten. Was wahrscheinlich nicht sein wird. So, bei denen werden dann auch noch die scheiß Viecher schlüpfen. Keine MP-Verschwendung bei den kleinen Viechern liegt. Hör mich einfach mal am Sack. In der Hoffnung, dass ich genug Schaden mache. Natürlich nicht. Ach, du Scheiße. Ja, ja, ja. Wow. Skillset-Bonus. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich brauchte eigentlich gar nichts. Vor allem. Äh... Feuer... Feuer habe ich schon. Als... Feuer, als... Elektro habe ich. Äh... Ja, dann mach mich statt Maragi dienen. Mach mich doch... Ja, mach mal so einen Dien. So. Ich wusste es. Sadentice ist fast tot. Wäre es sinnvoll, mit dir jetzt den Mann zu greifen? Weiß ich nicht. Ich mach's aber. Das kann ich jetzt mal. Ich will dir nur genug Schaden reinhauen. So. In der Hoffnung, ich mach genug Schaden. Leck mich mit deinem Spawn. Dein Spawn kann ich halt immer am Arschlecken. Ah, wie ich diesen Spawnangriff hasse. Egal, der ist fast tot. Ich will das noch zu Ende bringen, meine Fresse. Oh, ich glaub noch Angriff von Juso oder so und das wär's dann. Hedge. Hey, ich bin gestorben. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ernsthaft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm. Ja, das ist jetzt blöd. Gut. Zweite, ich bin da. Nö, so weit komme ich nicht. Ja, recht blöd. Und was nun? Ich kann das hier angreifen. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie Schaden mach, so dass es dann Midori nicht angreift. In der Hoffnung, dass Midori nicht zu viel Schaden reinbekommt, wenn die Scheißviecher schlüpfen. Ja, ich muss hier relativ viel hoffen. Hey. Hauptsache, dieser Kanzler ist danach endlich vorbei. Ich hab nämlich kein Geld, dass wir auf das. Ähm. Setz mal so hin. Und dann. Ach, die können da hinten auch nicht schlüpfen. Autsch. 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 Jawoll. Ähm. Ja. Das wird. Wenn ich Glück hab, kann ich es sogar noch schaffen, das dreckige Vieh jetzt zu besiegen. Nein, das aussieht doch noch nicht. Aber ich hab's schonmal ziemlich geschwächt. Ist mir sowas dann egal. So. Mit wem bin ich als nächstes dran? Yuzu. Okano mit Tama di Arano. Äh, Baron ist eigentlich egal. Ich hab danach noch genug Zeit, um das Vieh zu heilen. Und das ist jetzt blöd. Das ist jetzt wirklich verdammt blöd. Äh, ja. Toll. Scheiße! Sag ich da bloß. Naja. Ein bisschen Schaden hat's bekommen. Warum? Machen wir mal das so. Ja, ja, ja. Ich weiß. Yuzu. Beschwören. Dahin. Hm. Mal so ein Dien. Rufe Dien. Da hat er fast keine Magie. Ähm. Ja. Machen wir das halt so. Mal benden. Atsudo ist fast tot. Boah, wie sich das hier gerade mit Fliegen überfüllt, ey. Wow. So, Atsudo hat verloren. Atsudo ist jetzt tot, das kann ich jetzt schon sagen. Weil der nur einen Angriff braucht und dann weg ist. Geblockt. Und tot. War mir klar. Zwei von meinen sind jetzt weg. Wieso können die da durch? Ach genau. Stimmt ja. Verbündete Einheiten und so. Ich muss es schaffen, jetzt mit dieser Gruppe so lange zu überleben, bis entweder er mich angreift oder ich ihn angreife. Das ist ein Scheiß-Belzebuhl. Das ist ein Scheiß-Belzebuhl. Okay, das ist jetzt eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Irgendwie wieder. So. Gleiches Belzebuhl dran. Dann wird das Schellen. Nee. Ei, 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 ei. So, machen wir das. Oh, knapp. Heilige Scheiße. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Ja, bei dem ist mir sowas von egal. Midori hat jetzt aber auch recht wenig MP. Schlecht. Oh, richtige Gruppe angegriffen. Äh, so. Nasandine, Bufodine. Beide haben eine extra Runde. Sehr schön. Sehr schön. Ja, fast, fast, fast. Verreck. Uff, überlebt. Gewonnen. Endlich. Knappe Kiste war es aber. Das war jetzt Ultrakner. Yes, die Fliegen sind aufgeregt. Was? Ich kann nicht glauben, dass du so viel Kraft hast. Hahaha. Mein... Bitte, sag mir, da kommt nicht noch was. Meine Aufregung steigt. Ich werde dir eine Sache erzählen, die du bis jetzt noch nicht gelernt hast. Welberet hat bis jetzt schon mehr Welts an sich genommen als du. Und seine Kraft übersteigt meine. Schaffst du es bis zum Babel? Ich werde es, ich werde, ich werde, ja, ich werde es schauen. Ich werde es zuschauen. Verreck einfach, komm mir nicht mehr über die Quere. Bitte. Äh. Jawohl. Ich wurde deswegen wiederbelebt, oder was? Ah, meine Fresse. Endlich vorbei. Ja. Und wisst ihr was? Hier beende ich dann die, die, die Aufnahmen und so. Ich will das jetzt endlich einfach nur beenden und dann... Äh. Weg damit. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.